Wir wollen es heilen. Wiederbelebung. Wir wollen es wiederbeleben. Sauerstoff zufügen, sie basisch machen. Sie eine gute Ernährung zufügen. So, you see Coenzyme Q10. CoQ10. CoQ10. Ah, CoQ10. Ihr kennt das alle besser als ich. Ich glaube schon. Vitamin A. Aus Karotten beispielsweise und sonstigem Gemüse. B Vitamine aus Vollkorn. Oh, it's sounding like a Mediterranean diet. Herbs. Gota Cola. Curcumin. Resveratrol. So wie in Traubenkernen. Oder Curcumin. So. 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 So.